So, fertig. Meine G-Maschine. Ist sie nicht schön? Also, Achtung, fertig. Los. Moment, der klemmt noch. Wissen Sie was? Hier in der Nähe, da ist so ein Institut mit lauter schlauen Leuten drin. Wissenschaftlern und so. Gehen Sie doch mal zu denen, die können Ihnen sicher weiterhelfen. Ah, das muss es sein. Institut für Bionik. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, vielleicht. Ich habe da ein kleines mechanisches Problem, sozusagen. Ich habe eine G-Maschine erfunden. Eine G-Maschine. Eine G-Maschine. That's interessant. Oh, that's very nice. Sehr hübsch. Ja, nee. Das Prinzip ist auch gut, aber es läuft nicht. Hier. Dies ist unsere G-Maschine. Mein Kollege arbeitet gerade daran, drüben in die Testraum. Das ist ja irre. Sie haben schon sowas. Hat vier Beine und läuft. Genau das, was ich bräuchte. Ja, dies ist ein Prototype. Noch nicht richtig wert. Aber eigentlich, wissen Sie, die beste G-Maschine ist doch der Mensch. Die beste G-Maschine ist doch der Mensch. Das können wir gar nicht nachmachen. Ja, richtig. Ja, wer hätte gedacht, dass G-Maschinen so kompliziert sind, nicht? Und G-Maschinen so kompliziert sind. Ja, natürlich, dass wir heute bei der G-Maschine kommen Water funktioniert. Und früher.